Der Sommer ist schon fast vorbei und so schnell wie Schnecken nun mal sind, haben wir jetzt endlich ein Summer Event. Summer Extreme. Ich zeige euch, wie der Grind für euch vielleicht nicht ganz so hart wird, wie ihr schnell durchkommt und worauf ihr achten müsst, damit der Frustfaktor euch das Summer Event nicht beregnet. Beim aktuellen Event Summer Extreme gibt es einen richtig coolen Lothierpanzer abzustauben, den ihr mit relativ wenig Aufwand erspielen könnt. Und im selben Belohnungsbaum gibt es auch noch eine BMX-DQ. Das sieht cool aus, da freue ich mich schon drauf. Und dann gibt es natürlich noch langweiligen Tech-Schmutz, wie zum Beispiel, weil die Teile ja so spannend sind, noch eine Su-25, aber ohne Premium-Bonus. Dafür vielleicht mit OP-Raketen, weil Russen halt die Besten sind. Es gibt noch einen Kanonenradpanzer ohne Premium-Bonus, aber diesmal für die Schweden. Und ein britisches Schiff ohne Premium-Bonus. Sicher total spannend für Leute, die den Krempel gerne spielen. Oder auf dem Community-Markt für teure Schneckis verkaufen wollen. Und natürlich gibt es auch wieder das Kinder-Kisten-Casino, wo ihr euch für Silverlines Lose kaufen könnt, um seltene Fahrzeuge zu erspielen, bis euch die Silverlines ausgehen, sodass ihr hinterher irgendwas im Store kaufen müsst. Dazu sage ich mal nichts, denn nicht als solches deklariertes Glücksspiel für Minderjährige finde ich irgendwie nicht so Knorke. Naja, wenn ihr jedenfalls die tollen Preise wollt, vor allem die oberen, fasse ich die Regel mal kurz für euch zusammen. Wenn ihr die Grundlagen schon kennt, könnt ihr auch gleich zum Kapitel mit den Tipps springen. Aber für alle Neulinge nochmal hier zusammengefasst. Das Event folgt größtenteils denselben Regeln wie das vorjährige. Es dauert 20 Tage. In den 20 Tagen könnt ihr je nach angeschrebter Belohnung, also Panzer, Flugzeug oder Schiff, jeweils 10 Sterne erspielen oder kaufen. Um einen Stern zu erspielen, müsst ihr innerhalb des jeweiligen 48-Stunden-Zeitfensters 40.000 Punkte im jeweiligen Modus erspielen. Es zählen dafür nur Fahrzeuge ab Rang 3. Für die Panzer werden ausschließlich Panzermatches gezählt. Und das gleiche gilt für das Flugzeug, da eben nur Flugzeugmatches und für das Schiff. Fliegt ihr also ein Flugzeug in einem Panzermatch und macht damit Missionspunkte, zählen die für den Panzerstern. Und ja, Missionspunkte sind Ausschlaggebend. Die 40.000 Punkte errechnen sich aus euren Missionspunkten, aber nicht 1 zu 1, sondern es zählen eure Missionspunkte mal den Multiplikator für den Spielmodus. Und dann noch mal den Multiplikator für den Rang eures Fahrzeuges. Kurz gesagt, je nerdiger der Spielmodus und je höher der Rang, desto mehr zählt ein einzelner Missionspunkt. Irgend so ein Obernerd hat dazu mit den bisher gültigen Multiplikatoren mal eine Excel erstellt. Ihr könnt das aber auch im Spiel in der Aufgabenbeschreibung noch einmal nachschauen. Um 13 Uhr am ersten Tag, am dritten Tag und dann jeweils so weiter mit den 48 Stunden, beginnt jeweils ein 48 Stunden dauerndes Zeitfenster. Also wichtig für euch ist die Zeit 13 Uhr. Das ist die Stichzeit jeweils. Wenn ihr die Punkte für den jeweiligen Stern bis Ende des Zeitfensters des jeweiligen Sterns nicht mehr geschafft habt, könnt ihr den Stern nur noch auslassen oder für Golden Eagles kaufen. Ihr könnt das übrigens auch ganz einfach im Spiel im Blick behalten. Klickt dazu einfach links auf Erweitern, dann auf Favorisierte Erfolge. Alle Erfolge. Geht auf Sommer extrem und wählt die einzelnen Aufgaben ab und klickt auf Zu Favoriten hinzufügen. Und schon habt ihr den Stand aller Auszeichnungen links immer eingeblendet. Ihr könnt das sehr schnell dann checken, wie ihr steht. Für den coolen kleinen Scoutpanzer braucht ihr 4 Sterne, für das BMX 6 und für die höherrangigen Fahrzeuge 8 Sterne. Wenn ihr die Fahrzeuge nicht behalten, sondern verkaufen wollt, müsst ihr alle 10 Sterne einsammeln. Dann könnt ihr die Fahrzeugcoupons nämlich auf den Community-Markt handelbar machen. Wieder eingeführt wurde in diesem Event die Möglichkeit, die Punkte auch im Flugzeugsimulator-Modus zu ergreiten. Dies wurde bei den letzten Events herausgenommen, weil es da einige Exploits und Abuses gab. Gerade mit den späteren Jets konnte man extrem viele Missionspunkte in sehr kurzer Zeit erspielen. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob dieses Mal nicht wieder genauso viele Abuses auftreten werden. Aber wie dem auch sei, grundsätzlich ist das Sammeln von Missionspunkten in Sim-EC, so heißt der Modus, zumindest meiner Meinung nach relativ konstant und einfach machbar. Vor allem während solcher Events, weil dann jede Menge Zomber, also Tauber und blinde Bomber durch die Gegend fliegen, die nichts mitkriegen und relativ simpel abgeschossen werden können. Wie sich das Event in Sim darstellt, wird meiner Meinung nach definitiv am spannendsten. Und auch wenn mich die SU-25 überhaupt nicht wirklich interessiert, werde ich das definitiv viel spielen und in den kommenden Wochen mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin da ein freudiger Erwartung. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass Sie Sim wieder mit reingenommen haben. Und hier nun zu den Tipps, um euch das Event so angenehm wie möglich zu gestalten. Tipp Nummer 1. Missionspunktbelohnungen verstehen. Schaut euch an, was euch wie viele Missionspunkte bringt. Das ist ganz einfach möglich, wenn ihr im Scoreboard mit dem Mauszeiger über die Missionspunkte hapert. Und wenn ihr auch sonst nicht so darauf achtet, die Missionspunkte unterscheiden sich oft stark von den anderen Belohnungen, die euch im Spiel oder am Ende angezeigt werden. Also eine Aktion, die viele Missionspunkte bringt, bringt nicht unbedingt viele Forschungspunkte oder Silverlines. Deshalb hat man das in der Regel nicht so auf dem Schirm, jedenfalls geht mir das immer so. Schaut es euch an und passt gegebenenfalls euren Spielspiel ein bisschen an, damit ihr auch bei den Missionspunkten dann gut Punkte macht. Kills bringen beispielsweise sehr viele Missionspunkte, Basenbomben bringt viele Missionspunkte, kritische Treffer dagegen, Teamwork-Aktionen wie das Reparieren, Scouts oder Assists? Leider weniger. Auch ob ihr das Match gewinnt oder verliert, macht da rein gar keinen Unterschied. Und wo ich das gesagt habe, die Schlaumeier unter euch werden aus dem allzu schnell ableiten, dass diese Regeln während eines solchen Events nicht gerade Anreize für kollegiales Teamplay setzen. Macht euch gefasst auf jede Menge Killsteals und Leute, die das Panzermatch nach dem ersten Tod verlassen oder direkt vor dem Match schon rausgehen, wenn ihnen die Karte nicht gefällt und natürlich jede Menge Bomber, die sich gegenseitig die Basen klauen und und und. Tipp Nummer 2. Multiplikatoren richtig einschätzen. Not all Mission Points are created equal. Guckt euch die Multiplikatoren an, aber lasst euch von denen nicht ins Boxhorn jagen. Nur weil ein Spielbereich einen höheren Multiplikator hat, heißt das nicht, dass ihr dort auch automatisch schneller eure Punkte verdient. Wenn ihr immer nur Arcade spielt, wird es vermutlich nicht unbedingt einfacher, eure Punkte in RB zu verdienen. Wenn ihr zumeist mit hier spielt, werdet ihr vermutlich trotz höherem Multiplikatoren im High-Tier nicht schneller vorankommen. Wenn ihr meinen Stream kennt, wisst ihr, dass ich alle Bereiche in Modi spiele. Und ich muss euch sagen, bis auf SimEC, wo das jeweils deutlich schneller für mich ging, gibt es aus meiner Sicht für die Multiplikatoren jeweils ganz gute Gründe, warum sie so hoch sind, wie sie sind. Die hat sich Geige nicht einfach aus irgendeinem Körperteil gezogen, sondern die haben sie, glaube ich, berechnet. In der Regel werdet ihr in 10 Minuten High-Tier-Panzer-Matches etwas weniger Missionspunkte machen als im Mid-Tier und in Arcade mehr als in RB. Das liegt daran, dass Arcade einfach weniger Wartezeiten hat, in der Regel schneller und mehr Punkte gesammelt werden. Also zählen die nun mal weniger. Und egal wie viele Leute euch erzählen, dass sie in jedem zweiten Top-Tier-Match einen Nuke erspielen, in den hohen Panzer-Matches wird in der Regel deutlich seltener respawned. Das Spiel ist statischer, es gibt weniger Hin- und Hergekäppe und entweder man macht direkt ein paar Kills und gewinnt das Match oder man ist mehr oder weniger direkt raus. Das heißt, ein Großteil der Matches besteht für die meisten Spieler darin, dass sie irgendwo herumstehen und warten, dass vielleicht doch noch jemand vor ihre Flinte fährt oder dass irgendwer den letzten Gegner findet, der sich irgendwo minutenlang vor den Helikoptern und Flugdrohnen versteckt, die schon über ihm herumkreisen. Ich kann nur sagen, ich werde gerade bei den Panzern im High-Tier nicht schneller mit den 40.000 Punkten fertig als im Mid-Tier. Wenn es bei euch anders läuft, top. Will ich gar nichts gegen sagen, läuft bei euch. Aber probiert es jeweils mal aus und lasst euch nicht verleiten, einen Spielmodus zu spielen, den ihr nicht spielen mögt. Nur weil ihr meint, das wäre eine Abkürzung, ich kann euch sagen, das ist wahrscheinlich sowieso nicht so. Und zweitens, es muss halt Spaß machen, sonst hört ihr früher auf und gebt das Event einfach ganz auf. Dann ist es die schnellste Abkürzung allein dahin, dass das Event nur noch Frust und Arbeit wird und ganz ehrlich, dann lasst es lieber bleiben, das ist eine weitere SU-25 nicht wert. Tipp Nummer 3. Low-Tier ist Fun-Tier, vor allem während des Events. Viele Spieler haben Tipp 2 nämlich nicht gehört und die schlimmsten Schwitzer findet ihr zumeist in den höheren Battle-Ratings, weil die Spieler darüber hinaus natürlich neben dem Grind-Event auch weiterhin ihren Forschungs-Grind machen wollen und dementsprechend dann meistens da sind, wo sie forschen. Die wenigsten Leute forschen im Low-Tier-Bereich und im höheren Battle-Rating kommt es dann zu den negativen Auswirkungen, die ich gerade ansprach. Also antisoziales Verhalten wie Kills zu stehlen und Matches nach dem ersten Tod zu verlassen werden deutlich häufiger, was dazu führt, dass man nicht gerade mehr Missionspunkte pro Match macht, sondern die ganze Erfahrung für alle Beteiligten negativer wird. Viele Leute, die die Preise nicht interessieren, empfehlen deshalb während solcher Events lieber überhaupt nicht zu spielen. Wenn ihr aber während des Events ein so niedriges Battle-Rating spielt, dass ihr möglichst gegen Rang 2 Fahrzeuge antretet, die nicht mal für den Grind-Event zählen in der Regel, spielt ihr größtenteils auch gegen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ganz normale Spieler, die oft respawnen und lange Matches mit vielen Kills, Caps und jeder Menge Spaß ermöglichen. Ich spiele deshalb seit Jahren das Event auf so niedrigem Battle-Rating wie irgend möglich. Dort erziele ich dann auch, jetzt ohne zu prahlen, durchaus 2000 oder mehr Missionspunkte in fast jedem Match und wenn es schlecht läuft, dann sind es immerhin gut 1000. Bei den Panzern gleicht sich der RB-Bonus mit dem Abzug für Rang 3 eigentlich wieder aus und so kommt man am Ende mit 20 oder 30 Matches auf zwei Tage verteilt eigentlich recht locker auf seine 40.000 Punkte, ohne dass es zu sehr frustet. Tipp Nummer 4, probiert Sim aus. Ich weiß, das geht jetzt eigentlich direkt gegen das, was ich in Tipp Nummer 2 gesagt habe, aber wenn ihr Sim noch nie ausprobiert habt, dann tut es jetzt mal. Ihr werdet auf ganz viele Noobs treffen, die genauso unerfahren in dem Modus seid wie ihr und gerade im Air-Sim reichen auf hohem BR zwei Dutzend Kills, um den kompletten Stern fertig zu machen. Ein Kill gibt 450 Missionspunkte und dem Heightier müsst ihr überhaupt nur etwa 11.000 bis 12.000 davon machen. Dann seid ihr durch. Das ist durchaus machbar und wenn ihr nicht gut fliegen könnt, dann geht halt Bomben. Auch das gibt massig Punkte. Also jetzt ist wirklich die Zeit, das mal auszuprobieren und denkt dran, die Punkte werden euch erst gut geschrieben, wenn das Match offiziell vorbei ist. Sim-EC-Matches laufen oft über zwei Stunden lang. Ihr könnt aber ja jederzeit einsteigen und wieder aussteigen. Und das wirkt sich nicht negativ auf eure Punkte aus. Und deshalb ist es auch ein guter Grund, warum das Grinden in Sim hier so toll ist und entspannt. Ihr könnt euch erstmal locker durch die Lobbys klicken, schauen, ob eine dabei ist, die euch zusagt und eine Weile mitspielen. Und wenn es nicht läuft, dann wechselt ihr einfach die Lobby. Aber wenn ihr hier mal ein bisschen spielt und da mal ein bisschen spielt, dann ist es vielleicht schwer, den Überblick darüber zu behalten, wie viele Missionspunkte ihr eigentlich schon gesammelt habt. Denn wie gesagt, die werden erst gut geschrieben, wenn das Match auch vorbei ist. Zählt die Punkte also notfalls im Kopf zusammen, wenn ihr denn einen habt. Tipp Nummer 5 und der letzte. Schätzt ein, wie viele Sterne ihr überhaupt machen könnt und wollt. Denn das höre ich von den Warthunder-Spielern in meiner Community leider sehr oft. Die Leute fangen ein oder gleich alle drei unterschiedlichen Sterne-Grinds an und sind am Ende gefrustet, weil sie den Grind nicht durchhalten können. Der Grind braucht Zeit und nicht jeder kann konstant 20 Tage lang so viel Zeit aufwenden. Überlegt euch deshalb vorher, welche Sterne ihr vielleicht aufgrund einer Wochenendreise oder ähnlichem gar nicht machen könnt und wie viele Sterne ihr wirklich parallel grinden wollt. Die Kalkulation der Schnecke geht genau dahin, dass es euch am Anfang gar nicht so schwer fällt oder vorkommt, bis ihr dann plötzlich beim sechsten Stern so langsam die Puste verliert oder mal ein Wochenende nicht da seid und dann am Ende noch den einen oder anderen Stern halt kaufen müsst. Das ist auch kein Problem, wenn ihr das so tun wollt. Aber wenn ihr am Ende nur noch gefrustet seid, dann lasst es vielleicht doch lieber bleiben. Denn wenn das Spiel zur Arbeit wird, dann ist die Arbeit mit einer Su25 doch recht schlecht bezahlt. In dem Fall seht euch vielleicht doch lieber nach einem anderen Shop um, der es ermöglicht, die Su25 auf dem Community-Markt zu kaufen. Denn für Arbeit erhält man Lohn, den man in Waren und Dienstleistungen eintauschen kann. Das ist der kostenlose Extra-Pro-Tip. Also lasst euch nicht frusten. Ich weiß, das passiert leider oft während solcher Events, aber versucht einfach Spaß zu haben und so hoch zu kommen, wie es dann halt geht. Nehmt mit, was ihr dabei erreichen könnt und dann sehen wir uns im Simulator Grind oder im Stream. Euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.